Da ist noch eine Sterne, ich bin voll gut, die Sterne sammeln. Oh! Äh, der Stern fährt die ganze Zeit runter, war auch geil. Trotzdem bin ich nicht gut. Ich will in meinem Leben eins... Ich hab schon zwei Sterne gesammelt. Nein, drei meine ich. Ich komme! Du kannst aus drei Sternen eine Sternschnuppe machen. Also ich hab fast volles Mana schon. Also so ein... ...einer Stein. Kristall. Ah, gib mir gut deine Schuhe, ey. Geh weg. Was hast du gegen mich? Ich will auch Schuhe haben. Geh in die Eishalz. Es gibt Arfuß. Stimmt's anscheinend. Was? Die Eishalz ist die Antwort von alles. Von alles? Von alles! Von alles! Von alles! Von alles! Bist du auf der... Auf der Oberfläche? Liz? Ja. Ok, ich komm zu dir. Hilfe! Wartet ihr vielleicht? Nein. Nein, aber nicht. Nicht ihr! Klicksalz! Yay! Äh, sollte man bei dem Kaktus einen das unterste lassen, oder? Ja. Nein. Das ist... Nachwächst. Einfach ruhig waschen. Das gehört schon wie wir leben, Klicksalz. Ich hab mehr Leben! Achso. Ich glaub ich nicht gegen die, äh, Gegner laufen. Äh, ja, absichtlich. Ich hab viele Sternen. Der läuft eben noch mehr als die anderen. Äh, wo bin ich? Ich hab ne Sternen-Schnuppe. Ich hab ne Sternen-Schnuppe. Ich hab ne Sternen-Schnuppe. Okay. Bin gut. Hä? Was? Bist du? Lol, der Zombie. Nein. Oh, ich hab dann gleich. Nein. Oh, der Dschungel. Aber du bist voll weit weg. Ja, und direkt danach ist kein Dschungel. Oh. Äh, ich glaub das ist Dschungel. Der Neue. Der Neue. Der Neue. Der Neue Dschungel. Ach, wir haben einen schlechten Dschungel gefunden. Einen richtig schlechten. Ich hoffe es gibt einen zweiten. Oh Gott. Siegen Dreck jetzt alle. Ja, müsste es eigentlich geben. Weil in der Großwelt soll es irgendwie drei Dschungelte geben, oder? LOLL! Ich hab' ich nicht gesehen. Ich hab' ich nicht gesehen. Du hast nicht gedacht, dass neben dir 20 Leute waren. Ja. Leute vor allem. Ja, ich komm, Leute. Wir sind Viecher. Du musst mal hinlaufen. Ich bin getotet worden. Getotet. 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 Von dem Toten. Von der Sternschnuppe. Was aufhessen. Parkour! Oh nein! Du bist runtergefallen. Wind, warte. Ich komm auch nach Hause. Macht Hütte. Hütte dazu. Not. Kommen wir gar nach rechts. Oh Gott. Äh, rechts ist es nicht besser. Rechts dauert es lange. Bis zur Korruption kommt. Wieso seid ihr alle tot? Wir sind runtergefallen. Wurren alle getotet. Getotet. Alle weg. Weggetotet. Easy getotet. Easy getotet. Easy getotet. Easy getotet. Da ist ein Stern. Meiner. Nein. Ich hab' einfach kein Geld gekennt. Na du dich um die Monster. Wasser. Hier war vorbei. Ja. Wie ist die Tür zurück oder was? Wie sie den Glitch aufnutzt. Fuck you sing. Ist das mal ein richtiger Glitch? Welche? Du scheiße. Ich hasse dieses Wasser. Das ist halt wieder am Spawns bei uns. Nichts gegen dich Wasser, aber ich hasse es. Ja. Geh weg mit deinem Schuh. Ich hab' die ganze Zeit vor und die überholt mich jetzt mit links. Warum hast du 160 Leben? Ich hab' die Tür schneller gefunden. Ich hab' nur 220. Schnee hat auch 160. Boah, Wasser. Jetzt bist du rechts. Halt' es halt nicht auf. Wieso geht ihr jetzt nach links? Ich komm' sonst weggegangen. Oh. Warte, wenn ich nach rechts geh'n? Doch. Hallo. Egal, dreimal. Komm, wir gehen wieder zur Corruption. Okay. Rein, bis alle sterben. Bin ich alleine? Ein Pinguin. Oh. Hilfe. Also dich werd' ich auch noch einen Hund, Lixas. Ne, ich werd' ich weiterlaufen. Steffi, nur ich könnte das schaffen mit meinen Schuhen dort ins Wasser reinzuspringen. Ich könnte sogar vielleicht daneben springen. Zu weit. Gebt nicht an. Danke daran. Alles klar. Hört auf, sonst verstört ihr ihre Kindheit. Was für ein Kindheit? Welche Kindheit? Was für ein Kindheit? Ich hab' keine mehr. Ich hatte keine. Ist schon längst verstört. Von keiner Kiech. Oh. Oh. Das musst du wegschneiden aber, Blexa. Nein, das ist doch da drinnen. Nein, das schnallst du weg. Naja, ist schon zu viel Arbeit. Ja. Ja. Also man kann überhaupt nicht mal richtig gescheit sagen. Ich guck noch die Qualität gar nicht nach der Liter einfach hoch. Wen hab' ich denn da fast eingeholt? Nicht mich. Mich nicht. Stopp, schnell, 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 easy. Oh, ich sehe nichts. Wer weiter erreicht hast du? Gut uns gleich ein. Besser. Wo ist sie überhaupt? Ist nicht. Irgendwie fühle ich mich langsam. 5000 Meter entfernt. Ja. Nicht Meter, wie? Meter. Nee, stimmt. Stimmt. Der braucht mir einfach den Weg zu. Drei. Drei. Ja. Drei. Drei. Oh Mann. Wenn man weiß, schreibt man drei mit T. Drei. Oh Gott. Drei. Nein. Nein. Bitte weiter. Hilfe. Ich stirb noch nicht. Hä? Wir sind gestorbt. Wir haben gekämpft und so runtergestockt. Hast du bei dem Eis? Nee. Nee. Wo dann? Hä? In den fliegenden Dingen da. Seid ihr nach hinten gekommen? Menschenfressen. Ja. Flieger. Hä? Warum läuft der nicht nach rechts? Wir sind versorgen. Ich weck sie jetzt easy. Hilfe. 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 Ich weck sie jetzt easy. Hilfe. 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 Nein. Sterbe. Ich hab nur 15 HP. Ah nein. Okay. Okay. Flixas, ich lass die jetzt 2000 Meter, wenn ich dich in der Zeit wieder einhole. Dann wird das ganz lustig. Wieso ganz lustig? Wirst du dann lachen? Weil du dann traurig bist. Nee. Ja. Sie liebt es, wenn Leute traurig sind. Ich liebe es. Ich liebe es. Guck mal. Du springst ganz nach unten und dann kommst du wieder nicht hier. Guck mal. Ich guck jetzt wieder. Willkommen. Ich bin keine 2000 Meter, das sind 1000 Meter. Komm. Mein Spiel läuft wieder in Zeitlupe, alles klar. Ja, ich hab das Gefühl bei mir läuft mein Charakter in Zeitlupe. Ja, bei mir auch manchmal. Äh, hast du das Item drin? Weil es gibt so ein Item, wo du alles sozusagen rumherum... Ja. Du bist runtergegangen. Da kannst du deinen Spieler langsamer machen. Du hast nichts gesehen. Also sie bekommst halt nicht mit, aber sie sind halt insgesamt langsamer. Ja. Ich hab nur Steam und die erste drei offen. Und Open World Koster. Ich hab eure Lust total auf euch. Was? Auf was? Ich hab wieder Bock auf der CT, ey. Oh, irre. Ja. Ange, don't talk together. Ja. Das wir ja auch noch retigend spielen. Ich hab's dir ja geschenkt. Ja, ich hab's dir geschenkt. Schleichwererbung. Hey, das Spiel ist cool, also bitte. Ja. Richtig cool. Wer hat das Spiel alles? Oh nein, sie überholt mich. Wer hat das Spiel überhaupt alles? Also ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Martin, wer kaufst dir? Ja, beide sagst du auch. Welches? Mach mal. Don't talk together. Ich komme. Hab ich nicht. Martin, schenk's mir bitte. Ich hab's noch nicht mehr selbst. Ich hab's noch nicht mehr selbst. Der verspannt wieder diesen Weg. Das ist gemein. Ich hab's selbst noch nicht mehr selbst. Das will ich überholen. Welches Kaktus? Kaktus. Die muss ich ansammeln. Vielleicht können wir keine komplette Kaktusrüstung. Ha, ich hab aber eine. Äh, in der Kiste ist Kaktus, aber auch egal. Yolo. Ich hab eben ja nur Workshop 161 noch. Ja, du alter Kaktus. 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 Oh Gott. Oh nein, das freu ich ihm wieder so lange. Wieso? Ich bin so inkompetent. Ey! Oh, warum gehen die Schuhen schon? Ich muss zuerst springen danach. Ich bewegen. Hätte ich nicht gedacht. Okay, wir sind schon mal da. Okay, wir sind schon mal da. Was macht das? Blöcke? Will ich nicht. Yeah. Die Sandblöcke bringen aber nichts. Wasser. Denn Blöcke können mich umbringen, ey. Das hat man besonders gesehen, als wir gefahren sind. Wasser. Ich weiß, dass das Wasser ist. Echt? Ich hab gedacht, das wär Feuer. Ja, unten ist so ein Schwert, glaub ich. Ein Schwert? Ja. So ein Excalibur-Schwert oder so. Ja, unten ist Excalibur. Ja, unten ist Excalibur, glaub ich. Mit Glück bekommt man das. Du hast so 90% Chance, du bekommst. 90% Chance. Ich will das wieder abbauen, bitte. Dankeschön. Du hast es bekommen, glaub ich. Hä? Du hast es bekommen. Nee, ich hab gar nichts bekommen. Gar nichts? Ja, ist gar nichts rausgekommen. Oh Mann. Ich hab irgendwie Angst, was ist das hier? Ja. Hier ist so ne riesige Schlucht und da hängen nur Seile rum. Okay, das geht schon. Du bist unfair. Ja. Du, ihr holt mich sowieso. Na und? Na und? Äh, wie lange nehmen wir noch auf? Na, 10 Minuten. Dann mach ich auf. Na was? Na, 10 Minuten. Dann mach ich auf. Na was? Na, 10 Minuten. Ja, aber. Das ist ganz sicher gelegt. Bis morgen. Stimmt, Relax? Na ja. Was ist für mich sicher? Martin. Das ist egal. Das willst du nicht wissen. Hier ist noch mein Gold. Hier unten. Mein Gold ist auf der anderen Seite. Mein Gold ist weg. Ey komm hier runter. Oh, ich hab's mir eingeholt. Hier ist die Corruption. Aber hier können, hier sind die doch nicht richtig. Hier, warum ist hier ein Grab? Äh, ich glaub ich bin da gestorben. Wasser wurde brutal. Guck mal. Du bist hier unten gestorben. Ich bin... Wie kann man Wasser sezieren? Keine Ahnung. Seit wann kann man... Äh, seit wann ist Feuer durch? Durchgebrannt. Aha, aha. Ich, hallo, ich bin da. Aha, aha. Ich glaub es ist aus. Feuer? Feuer ist durchgebrannt. Der Wind. Ja, warte halt nicht auf sie. Geht einfach durch. Ja, sterben wir wieder alle, weil wir nicht gewartet haben. Finde ich von. Alter, ich dachte grad, du warst das ab, Alter. Ich hab das gerne gemacht. Warte, ich will das machen. Ja, fiss ich. Komm schnell durch. Wir haben schon eine Schuhe. Ekelpilz. Ich bin Ekelpilz. Du bist ein Ekelpilz. Du bist ein Ekelpilz. Nein! Bist du runtergefallen? Nein, bist du... Pass auf dein Ekelpilz. Oh Gott. Halt dich, halt dich, halt dich. Haha. Ich hab keinen... Krank. Wer ist unter mir? Bitte! Warte, wir müssen uns auszahlen. Hilfe! Ah, ich hab noch... Hör auf mich! Hör auf mich! Hör auf mich! Zurück auf hier keiner! Langsam nicht runter. Ich bin direkt in eine Lücke reingefahren. Hilfe! Hilfe! Bitte! Tschüss! Ja, nochmal das Gebiet! Oh, das ist ne Kiste! Eine Kiste! Wah, Blasrohr! Haha, Blas! Haha, Blas! Trelax-Macher boit. Das Wort! Nein! Ich bin nicht allein! Wer hier ist? Oh, ich bin fast tot glaube ich. Gib mir mal bitte Placke an. Ich hab schon viel Tränke gehört, das ich... Martin, was? Oh nein! Oh nein! Blasrohr! Haha, wieso? Haha, wieso will das auf mich gehen? Alter! Oh, hier ist... Der Endboss ist ganz rechts. Endboss? Sack, Sack, Skeletten, Skeletten, was? Nein, weiß ich nicht. Skelettrone, wie der heißt. Sag auf, sag mal deinen Namen! Skelettrone! Es ist ein Wissgeburt. Skelettrone. Sag, ich weiß alle, was ihr meint. Nein! Nein! Komm, lass runtergehen, ich glaub wir sterben nicht. Was war denn auf der anderen Seite? Was war denn überhaupt da? Bei mir hat keine Kiste im Wasser rein, das war geil. Ich bräuchte vielleicht ein paar Blöcke. Aber ich gerne das so intendiere runterzufallen. Ich komme. Ich hab fünf Blöcke. Pfeffer. Ich komm mit Holz. Es ist ein Boss. Du darfst nicht runtergehen. Du darfst erst bei Nacht dann aktivieren, aber du musst nur den Boss besiegen, dann kannst du erst runtergehen, sonst stirbst du immer. Cool. Cool. Ach das ist cool, okay. Runter. Ja. Also stirbt man von der Welt oder stirbt man von einem Viech. Hast du dich jetzt wieder getan? Bei einem Viech. Ich hab alles geschafft und dann springe ich nicht. Rächter. Ja, steht da. Ach nein, das sind 7.000 Meter. Das sind 7.000 Meter. Was schon? Das kannst du mit deinen Schuhen easy nachholen. Nein. Doch. 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 Die beide sagen doch. Doch sie nicht, was sie angeben will. Okay, hier ist das Mal, wo ich bin. Aber ich lass sie sonst nur den Kinder zerstört. Komplett der Ende. Die wurde doch schon lange zerstört. Und wer zu wissen. Typen. Nee. Von mir noch nicht. Jeder muss die einmal zerstören. Ich bin zu brav dafür bei ihr. Ist das bei dir der Ende? Ja, ist das Ende. So, wenn wir heute nicht von den Hagen getötet werden. Lass dich mal kennen. Vielleicht gibt's auch Wasser. Ähm, Christen. Christen, gibt's auch. Engel. Warte. Hab ich den Traum? Ah. Hab ich nicht. Okay. Soll ich warten? Nö. Ich sollte doch eigentlich der Fischer und so sein. Ja. Oh, auf der anderen Seite. Ich sehe nichts. Viel Spaß. Hilfe. Irgendwas kramieren. Ja, ne Qualle wahrscheinlich. Nein, ne. Die Qualle ist die Landmacht nicht. Ist er da mehr? An meine Heime? Zwei Haie! Digga, was? Haie. Alter. Ach, sie können die Haie für die, äh, kaufen. Das ist sehr, sehr selten. So brauchen die. Nein, nicht wirklich. Wir können die auch kaufen, die Dingens. Die Mini-Haie-Kanone. Ja, die normale. Man kann die aber auch finden, glaub ich, noch. Nein, nein. Nein, nein, kann man nicht. Kannst du nur kaufen. Ach, dann hab ich die von... Erik. Den ganz... Kauf... Komm. Ich hab einen. Ich hab einen. Guck mal, wie cool Blix ist. Das Ding hat auf dich. Das Ding hat auf dich. Das Ding hat auf dich. Uff. Das Ding hat auf dich. Ach, das ist... Das ist der Fischer. Haltszene. Darf ich ihn töten? Nein, nein, nein. Nein, nein. Den brauchen wir für Quests. So, weiter, bau weiter. Und dann können wir Geld kriegen. Oh, der ist runtergefallen. Aber der kann ich glaube ich nicht ertränken. Das war ich nicht. Das war ich. Achso. Gut. Das war ich wirklich nicht. Ja. Also ich sag's, das war ich. Okay, das war ich wirklich nicht. Nee, ich hab gerade gemerkt, dass ich es wirklich nicht war. Sollen wir eigentlich jetzt nicht aufhören? Ja, eigentlich schon. Okay, gut, das Ende. Toll gemacht. Und die ersten Endbegrüßung. Tschüss. Tschüss. Bis morgen, oder? Bis morgen, oder? Bis morgen, oder? Äh. Äh, wie heißt die Nummer? Ich weiß nicht. Ich würde sagen. Geh mal weg da, Wind. Ich würde sagen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns wieder mal. Geh weg, Wind, Wind. Für Terraria, wir machen beim nächsten Mal weiter. Bei der nächsten Aufnahmesaison. Und ich bin der Plexus. Echt? Ja. Und ich bin die Easy. Und das Morguele. Und ich auch. Du bist Morguele. Ich bin irgendein Typ. Morguele. Das ist Morguele. Morguele. Morguele.